Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel von GGM Gastro. In unserem heutigen Produktvideo möchten wir Ihnen unseren Hotdog-Wärmer vorstellen. Frisch zubereitete Hotdogs lange frisch halten? Genau dies erreichen Sie mit unserem Hotdog-Wärmer. Lagern Sie die Grundbasis bis zur Verwendung und Sie sparen sich in stark frequentierten Zeiten einen Arbeitsschritt, in dem Sie den Hotdog nur noch mit dem gewünschten Topping versehen müssen. Passende Kühlaufsatzvitrinen zur Lagerung Ihrer Toppings finden Sie in unserem Online-Shop. Lassen Sie sich inspirieren und besuchen Sie unseren Online-Store. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.